ist hier in der Nähe bei den Badefreunde heute wieder aus der Worte wird und jetzt kommen noch mal kurz die Sicherheitsinstruktionen von unserer Badenixe Grievous Hallo die Schwimmbößen befinden sich noch in ihrem Sitz und da ist auch unsere Schwimmbuie die Johannibuie Ante du bist tot, weißt du das? Nein, das weiß ich noch nicht außerdem haben wir hier für unser Kinderschwimmen im Nichtschwimmerbecken wieder vorhanden Bonva, ach ne das ist Johanni, wo kommt der denn her, wo ist der andere hin? Ja, außerdem ist dazu noch, außerdem ist da noch unsere Nichtschwimmernickse und unsere halb ertrunkene Meerjungfrau Exe dabei Hallo und natürlich noch Ona4u ja, da muss man erstmal dahinter steigen, dass der ja auch dazu gehört ich bin manchmal bisschen retarded, aber ne Johanni afar Camino ist Traitor, Ona ist Traitor ich bin detectives ich bin detectives warte warte warte, die doof, Alter ..1ante Runde Ich sag mir wo es wann war вкус ONA wirklich, ONA wirklich, Der ist hier oben, der battle guard der ist nicht?! stirb doch mal Musst dich? Alter ich willst trotzdem nicht ich willst auch hier mal nicht Andi! Was? Ich? Nein! Andi schieß! Kann ich's machen auf die Distanz? Ah! Ah! Sehr gut! Oha! 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 Ich weiß nicht. Ich weiss nicht. Ja, ja. Deswegen haben wir auch die Trader gewonnen als andere noch nicht. Ja er ist ja klar. Ja er ist ja krank. Ich wusste dass da jemand hochkriegt ist, bin ich doch krank. Prozent die Schäden der Schäden der Warnbach schießt er dich in der Nähe die Hälfte der Unterdämpferung Prozent die Kunst nicht mehr aus ist natürlich nicht mehr ich schreibe ich war nie ich schieb ich wieder damit gehört was hast du ich gehe weg auch an was ich gehe an alle anderen Warte, Hanni war's! Hanni war's im Depp! Ach soooo! Ich hab gerade was gecheckt! Ja gut, sorry, Hanni. Warte, Hanni, wirklich? Diese Zahlen im Shop stehen für das Ding! Wann wollen wir jetzt Hanni wiederbeleben? Für den Short! Warum sollte ich? Ähm, call mal den Date zu Johannis Leiche. Wer auch immer dahinter war jetzt. Was will ich mit dir, Hanni? Ich bin nicht da, ich... Der hat mich nicht getötet in der ersten Runde. Oh, Johannis Leiche. Ja. Hat er nicht? Dann nicht. Und ich hab dich mal zum Trader gecallt. Oh, Na, wenn du ihn jetzt wiederbelebst. Oh, Trader ist gut. Und eins! Und zwei! Und drei! Ihr dürft ja keine Punkte drin haben, wenn... Äh, zwei. Ja, zwei. Ja gut, dann hat den Ohna nicht proven Grievous das. Weil wir haben beide reingeguckt. Ich hab den Date gecallt und Ohna hat ihn confirmed. Ja, auf uns ist geschossen. Grievous ist glücklich. Von wo? Von Rutsche. Ah, scheiße. So, Andy. Ja, lass... Die kommen, folgt mir, folgt mir. Damit auch glücklich willst. Und hol den Radar, wann war. Okay. Verdammter Scheiße, ja. Gott, ausschwärmen! Da. Da. Aufpassen. Wo ist er? Äh, weiß ich noch nicht. Ich, ähm... Ah, hier sind meine Kabinen. Hinten bei der Rutscher! Ah! Ähm, ja, ja. Immer noch hinten bei der Rutscher. Unten. Ja! Alter, du hast ihn getroffen. Lass mich durch. Geht Richtung Trader. Ich mach Front Battle. Ich hab ne bessere Waffe im Front Battle. Lass mich vor! Lass mich vor! Das heißt, Alter, wir teilen uns auf bei diesen beiden Trader Spawn Dingern. Wir teilen uns nicht auf. Wir kommen beide aus derselben Richtung. Ja, aber der kann ja beim anderen Trader rum raus. You know what I mean? Ja. Ne, ins Wasser übrigens. Übers Wasser? Wie Jesus? Ja, er ist im Trader Raum. Hm. Na, kommen sie raus. Du bist im Sterl. Kommen sie raus. Nein, verwirrt! Nein! Ach, bei welchem Trader Raum ist denn der? Ja. Ich hab die Plasma bei mir. Der ist im Trader Raum immer noch. Ach so. Juhuuu. Komm mit dir raus. Was ist das denn? Hast du noch ne Plasma? Äh, ja. Drop mal. Ich bin auf der anderen Seite der Karte. Aua! Äh, der ist da... Ach du Scheiße, wo ist denn der Kerl? Deine Kabinen. Ja, das seh ich. Komm mit! Ey, beide Kam... Stirb doch! Nö. Ist das euer verfickter Ernst? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab auch mit der Glocke geschossen. Sorry. Andi, du darfst wieder reden. Ja, ich weiß, aber... Wie wer ist? Was denn? Ich weiß nicht, ich wollte dich grad noch ein bisschen abschießen. Ja. Na dann. Wer hat mich getötet eigentlich? Andi. Hast du das nicht mitbekommen? Nein, ich hab bloß noch Schüsse gehört. Und Andi, wo bist du? Du bist tot. Was? Was? Das hab ich doch mal gesehen. Das hab ich doch mal gesehen. Das ist tot. Was sagt denn überhaupt jemand auf ihn? Hm. Eine interessante Frage, Wozzi? Geht einer raus aus Andi? Nein. Geht einer raus aus Andi? Das war creepy. Das war so gay. Ha. Gay. Ha! Ha! Detektiv! Ha! 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 Das war immer, wenn ich einen töten konnte. Ha! Ha! Ich hab keinen Bock, meinen Karma zu versorgen. Ich... 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 Scheiß egal, Alter! Ich... Alter! Alter, das ist wirklich schlecht! Alter! 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 Oha! Ich glaube, Axel... Wann auch rum nimmst du den einfach so mit? Ich hab mich ja mit am größten abgefeiert, ey! Echt, echt, echt! Alter Schwede! Mit am größten abgefeiert, ja! Ach, ja! Oh, Mann, das war so übel! Hey, ist fast ein Klee gemacht, Alter! Ey, wer schießt da? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Wie was? Echse! Echse, nur für dich! Andy, du bist dein... Echse, wie hast du das überlebt? Ja, hab ich! Oh, Mann! Was ist richtiges Telefon? Ne Jihad! Aber, Echse, wie hast du das überlebt? Ach, du... Ach, du... Ja, ich hab einen Flopper gehabt! Ah! Okay! Also... Ich habe Beruhigung! Ja, wir haben selber! Wie gesagt, ihr habt einen Flopper gehabt! Hast du? Der Hauptgleich ist natürlich kaputt, Alter! Ne Flopper, hilf mal! Nur so zur Beruhigung, eh, Andi, also ich hatte den da nur über den Zaun tragen wollen! Ja! Übrigens, Johanni, ich habe nur so gelacht! Aber das nächste Mal bitte wegen dem Flopper trinke! Ja, ich merke, ja, aber... Wo ist Andi? Da ist er! Keine Ahnung! Sucht! Wer folgt jetzt nicht gleich ist Andi! Wir brauchen einen Andi-Hund! Hä? Das war jetzt nur das Johanni-Peter-Kollege. Ja, sorry! Ich kann auch nichts dafür, dass er mich wieder anruft will! Nee, ist kein Problem! Komm, geh zurück! Ist okay! Ist okay! Zurück! Hör auf! Riß mich noch! Okay! Komm zurück! Ja! Ja, er war wahrscheinlich innocent! Ja, er tötet mich! Aber das war's mir wert! Nee, ich würd jetzt nicht direkt! Du lässt nur seine Leiche daran! Ja, okay! Wir fliegen davon nach Hexe! Was, Hexe? Ich flieg doch nicht! Du fliegst davon! Wann? Wann war du? Ja, ich fliege! Ich fliege aber nicht! I believe I can fly! Wo ist Ona eigentlich? Äh, hinten! Oha! Was willst du da machen, Wann? Lass die Leiche da! Nein, nein, nein! Ich entsorge den, wenn schon! Vernünftig! Okay, weg da! Der hat nichts besseres verdient! Weg da! Ihr habt ein Feuerchen gezündet! Sieht ein bisschen so aus, als wäre es ihm ein bisschen schlecht gegangen! Uuuh! Ich versuche auf den Tracer-Raum zu kommen! Ohne! Ohne! Ja, kennst du nicht den Weg? Als die Indosent immer raufkommt? Nein! Ja, das geht wirklich! Das geht wirklich! Nein, nein! Ohne! Ohne! Ich hab's überlebt! Das war nicht wahr beabsichtigt! Ich hab's überlebt! Ey, das, ich bin von hinten gekommen! Ich hasse dich! Aha! Die Gags, der kommt von hinten! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ey, was war's? Ich hab's nicht! Ey, was war's denn? Wer hat die Brand geworfen? Ich schmeiß dir Munition in den Müll! Nein, ich war's nicht! Raste gleich aus! Ja, dann raste mal richtig aus! Ja! Einer von euch fiel ist das, wenn wir nur noch so viel sind außer dir! Wer schießt da? Ich nicht! Ja, wer wohl! Hm! Johanni! Quasi! Ja, aber in der Luft! Oh! Was ist, wenn ich plötzlich in der Luft bin? Das ist mir scheiß egal! Ja, dann, dann... Bist du halt nicht mehr am Boden, ne? Weißt du, was haben die? Hat jemand ne Diegel von euch! Völlig losgewöhnt! Wann warst du ne Diegel? USP! Oh, da ist Brennbogen beim Kacken! Hast du ne Diegel, Grievous? Nö! Ich hab ne USP! Johanni, du! Siehst du aus? Oh, na du! Ja! Hey! Oh, na! Was hast du mit Anni gemacht? Du hast ihn aus deinem Zuhause weggenommen! Okay! Tut mir leid, tut mir leid! Ich steck ihn wieder ran! Warte mal! Wir haben noch zwei Traitor! Das sind zwei von uns! Zwei von den Tieren! Nicht einer! Okay, dann... Johanni! Johanni! Ja! Hast du grad... Ja! Ich dachte, du hast das Warn mal erschossen! Welche Warn mal nicht mehr gesehen hab! Sehr gut! Weg! Na wer von euch! Ey! Der eine, der da weg geht! Soll mal wieder kommen! Jetzt hat jemand was geworfen! Warn war! Ja ja! Ganz in Warn! Ihr bleibt alle hier! Ihr bleibt alle hier! Und stellt euch alle an eine Wand! Oh, das hat dieser Kater! Das ist nicht gut gegangen! Das ist die Fläche! Mit Andy, wenn schon! Wir wollen doch hier niemanden diskriminieren! Was? Diskrimi... Diskrimi... was? Ey! Die Traitor lasst dich hier aber richtig Zeit! Die sind hier zu zweit gegen drei Inno's! Das ist für die Traitor, die... Ja, die haben noch Zeit! Also, ganz ehrlich, die haben noch vier Minuten Zeit! Ich glaube noch drei Inno's! Weg! Wer fehlt! Ah! Wer ist jetzt hier nicht! Guck mal, geh mal zu einem anderen hin! Ich bin auch... Ja! Wir sind doch alle Menschen! Der Traitor, der Traitor... ... die Traitor, der Traitor... Mach alles schön kaputt! Hm, die Muni geht hier nicht weg! Wo ist eigentlich Hexe? Ich seh n'ch! Warte! Rot! Geh weg! Ja, willst du mich jetzt killen? Mir hat eigentlich die ganze Muni hier in den Müll geschmissen! Ich boxe mal den Automaten! War's raus oder was? Keiner Ahnung! Ich würde sagen die Traitor müssen nur noch zwei Minuten! Geht doch los Wer ist denn der Grievous? Geh nicht weg Bleib hier Du gehst rund um Irgendwie Der muss Kopf voran ran Ja stimmt Ich denke irgendwie Grievous ist Grievous Guckt auf Johanny Grievous hat jetzt auch nicht gezielt Wo ist Grievous? Johanny komm her Ich hab's geschafft Sehr schön Und jetzt noch Warte mal was ist hier los? Ich hab bloß Johanny in den Arsch geschossen Achso ja das ist ja nicht so schlimm Ah Oh no oh no Scheiße Oh sorry Sorry Achso sorry Johanny Oh da hast mich nicht erschossen Oh sorry sorry Du hast irgendwas von Wanva gedabert und so Ich hab Ohna gesagt Oh Gott Oh na Wanva Ist das selbe Ich hab mich selbst umgebracht ich weiß Nein aber du kannst dich auch nicht stillhalten Dass ich dich vor allem bringe Sorry 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 So konnte ich wenigstens doch gescheit aimen Irgendwie hatte ich euch beide auch im Verdacht Weil ihr seid beide so rumgerannt Wir sind alle rumgerannt Exel Nee Ich hab beide mal so auf die anderen gezielt So wie jetzt wollt ihr sie mal schießen Ich hab zugeschaut wie Andi im Laufe verschwindet Andi ist mir jetzt gewiss Ich hab mich schon wundert warum ihr nichts gemacht habt Ich würd sagen ja wir machen einen kleinen Friedensvertrag Alles ist in Ordnung Wenn ja nicht so Weil sonst wo das ja ganz ehrlich ist wo das hier irgendwo Dankweilig Das wird ne das wird uns zu grau auf uns gegenüber Wir müssen einfach mal realistisch bleiben und sagen wann war es Traitor? Beziehungsweise ohne weil der rennt gerade so auf die Hinterbuchstehude Ey Ich weiß nicht Ja hier Der mit der Schrotze Andi Ich hab ne Glocke Ja Wahrscheinlich ich schüsste gleich in den Kopf Alter war die Westen Hat wieder jemand geschossen Die ist mir ruhig ne Der hat geschossen Die Exe einfach mal minus 1 Punkte hat eiskalt Ist der Exe Ist ne Durchschnittswertung bei ihm Ach der Exe ist tot schon Ja Hanni wirklich Halt's Maul ab Was? Was? Exe ist doch gar nicht tot Fuck Oh Gott war die Waffe Ich hab mich fast getötet Nicht Alter bei mir bricht grad die Frame rate ein Der Tete ist tot Der Tete ist tot Ja Schön Keine Ahnung Ja ich Der hat doch gesagt das Exe noch lebt Okay Du wird aber als Tod angezeigt Entweder das Fake oder keine Ahnung Boah Boah Die war eine Schicht Ich dachte schon Ja Aber ich bin im Wasser Ja Ja das hat Johanni nicht so oft Das hat der höchstens immer im Jahr Das war so an seinem Körper so viel Jeder Regenschauer ist Naja man will es jetzt so nie sagen Ja Komm her an die Nein Hatten einen Friedensvertrag Besser Was? Boinky 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 Ich bin gerade irgendwo alleine Also wenn ich dich mal sage ist das Irgendwer von euch Oder Exe Das ist Das ist eine schöne Kombination Das ist immer neu Mit wann war? Ach Johanni Hallo Andi Hey Äh Hier schießt ihr noch von uns mit Silent Da oben oben drauf ist einer Wo? Oben dort geradeaus hin da hinten da oben drauf dort Ah ja Ah fuck Ich seh ihn Ich hab dir gesagt der ist Silent Ja Ich muss Deckung gehen Aber die FN ist scheiße oder? Weiss ich nicht die spiele ich nicht so Was für eine Waffe ist das? Äh FN F-A-L Den Cor surface Duty sieht gut Ja Hier meter Pro ok Guck Aha da liegt Exe Exe ist anscheinlich echt tod Andy ist tod Im Arsch вся Der Trader da oben soll doch erstmal treffen. Ah gut, Johanni war das nicht mehr los. ich hatte sogar noch ein Defi weil ich gedacht hab, dass du vielleicht... Ja, ich hab ein Fake-Leiche gelegt. Ich hab's dir direkt signalisiert. Also in der Kirche... Das blöde war das, wann war das so blöd aufgetaucht ist? Ich musste Wanwar umbringen. Boah, das tut du bestimmt nicht. Du, das Gefühl kenn ich. Das ist ehrlich, das Gefühl kenn ich. Ja, Wanwar ist im blödesten aller Momente aufgetaucht, als ich grad nach oben wollte. War natürlich gewollt. Ist ja ganz klar. Hab schöne Fake-Leiche in die Kabine platziert. Ja, Fake-Leiche ist schon... Ist schon nicht schlecht. Ja, wenn du dann wegkommst, sonst ist's ein bisschen löd. Ja klar. Du legst die einfach direkt neben dich. Ich hätt's auch oben hinlegen können. Nee, ich mein... Aber er hätt schon an Greenville, was da ist. Ja, ne Fake-Leiche ist nur dann gut, wenn du dich selbst wirklich irgendwie... verschwinden lassen kannst. Ähm, A und D. Ja, der ist... Ja, der ist... Also... Ja, der ist... Ja, der ist... Also... Ja, der ist... Also... Deswegen wusste auch nie jemand, dass ich oben bin. LoL! Was war er? Der hat fliegen gelernt. Nein! Warte! Ach, Johanny ist der, der auch vom Sao geflogen ist, ne? Du hast fliegen gelernt. Es gibt hier nur einen, der fliegen kann. Der hat fliegen gelernt. Ich hab das... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den quer über den Map ge... Warte! Ich call Dete! Äh... Wie gern ich diese Traitor liebe, die hier gern... Die hier von oben snipern Traitor. Hä? Ach, Johanny ist timeoutet. Ich dachte schon, Wanderbar hat sich angesprochen gefühlt. Ähm... Ach, Excel ist das okay, gut. Ich hab... Ich hab die schon gecallt. Nur zur Info. Ja, aber der ist ja weg. Ich muss auch nicht hinkommen. Ich muss nur wissen, wo du ihn hingecallt hast. Damit ich ihn irgendwann wiederbeleben kann. Das ist ganz egal, weil der ist doch vom Server runter. Ja, geht ja eh nicht. Ja gut, hast recht. Los, wieder bin ich bin. Schauen wir mal, was passiert. Kann ich nicht. Nicht? Ich hab schon was anderes. Ja. Die... Die Spider-Man Gun. Spider-Man Gun. Oi! Was gibt denn Exe? Wie wisst? Es gibt auch zwei Traitor bei... Ihr Leuten mal wieder. Äh, war Johanny denn Traitor? Oh na! Oh na! Oh na ist... Exe! Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Exe ist es. Exe ist es bestimmt nicht. Doch! Trau mir! Ich pack rum. Rejoin. Ich bin ein Paumi! Nicht schieße! Ich rejoin! Oh! Ist Johanny out... Ist Johanny out getimed? Ja! War doch... Dieser Disconnected von Returnal. Ach Exe. Wie lange nehmen wir auf? 21. Ja. 21, 29. Ja, ich hab drei Sekunden weniger. Oh! Was ist das jetzt? Du bist mir entscheidend hinterher gerutscht. Oh! 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 Ohъ! Oh! Oh! Mein Nachbar war vorgestern vorgestern habe ich bei dem mal geklingelt da hat er mir mal den Rauchmelder erklärt wie der funktioniert Oh Mann, Wollt er bei dir an was angeht oder was? Ja ne, ich weiß nicht wie der ausgeht Weißt du das? Ich wollte nur gucken was du dir machst. Ist das immer so, ist ne Hammer? Sollte Sau, dass der Trader wieder einen Fehler macht Wie, es verfolgt mich Ja und? Ey Ich habe am Boden geschossen Ja, ja Sag ich auch immer, wenn du ihn schickst Ja, siehst du doch auf dem Boden, das Einschussloch Ist eventuell ein Argument Lebst du noch, Ouna, Andi oder wer auch immer? Wer? Ouna, lebst du noch? Äh, still Chris, hallo? Äh, Andi, was tust du hier? Ich habe gerade da hinten extra besnipet, wenn du so willst Besnipet? Wollen wir rutschen? Ouna redet nicht, Ouna scheint tot zu sein Nein, Ouna scheint tot zu sein Ja, der hat sich kein Mikrofon geowned Ja, der hat sich kein Mikrofon geowned Rein hier, Andi Ich will hören, wie du Einer hier, einer da Wieso falsch an? Na, bist du hier drin, Ouna? Na, bist du hier drin, Ouna? Andi Warte mal, warte mal, was ist da hinten? Na? Hey, warte mal, warte mal, warte mal Wenn du jetzt hier drin bist, Ouna noch lebst Da hinten, da hinten Dann machen wir die duell, wenn du eine hast Ich gehe einfach davon aus, dass Ouna sich kein Mikrofon geowned hat Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich hab schon jeden, glaube ich, jemanden gesehen Wo dann? Ja, kann man was anderes sagen Stiegelt das Ding jetzt Siehst du ihn wohl? Hä? Wo ist Gehür sitzen? Gib doch mal Position, du Ich mein Mikrofon noch los Andi, Andi ist es! Wo ist Andi? 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 Leute, wollten wir jetzt fertig sein, oder? Wir haben nicht mehr Dinge getroffen, auf die Distanz, hm? Wer ist denn Yoshi? Yoshi? Yoshi, das ist dieses Klingerei-Tvieh von Mario Ja, aber wieso joint er den Server? Hä? Hä? Es ist doch kein Yoshi auf dem Server Ja, aber bei mir stand gerade der Player Yoshi joint den Server doch bestimmt Doch, hat er, hat er Bestimmt Ja, mein ich hab ihn ja Nee, ich musste das eingeben Ja Hä? Bei uns scheint keiner war, ne? Yoshi, joint, server Was raus? Yoshi, server, the joint Nein, Andi, was soll das bitte sagen? War das nicht die alte Mario-Musik? Boah, du fragst Sachen Nee, so hörte ich das nicht Irgendwas Bis Was? Ja, genau Das ist das Floss, Ddo U, Ddo Ja, daskam, ja So vom Gamebackenḗ Deswegen Ah, wie ging nochmal hin zum erstes Mario hab ich auf dem Gameboy gespielt. Das ist ein S. Also Yoshi kommt wohl scheinbar nicht mehr. Da kommt kein Yoshi. Bei mir stand Player Yoshi. Du bist ein Yoshi. Guck dir meine Folge an, dann siehst du das. Nein, für das erste Mal. Wo ist es gewesen? Was? Hey Mann, ich bin hier die ganze Zeit ewig keine Nase gelaufen. Was ist denn Andi? Oh, dann tschüss Mann. Alter, gehst du mir auf den Sack. Ah scheiße, ich bin tot. Also du bist alles tot. Also Andi hat Exe erschossen. Ja nur, weil er hier so groß sagen wollte, ja komm, ich läuft schon ewig hinter dir her. Und da hinten ist Gott eh noch vom Trailerraum runter gesprungen. Ist das echt nicht? Ganz normal. Irgendwie uncool. BANWA! Ja? Dreck so. Ich mach doch gar nichts. Ich stand gerade nur in der Ecke rum, weil ich versucht habe zu niesen. Aua! 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 Das war nice! Warte der! Im Trailerraum! Ach, warte da noch! Ich dachte das... Aua! Telefon! Mit dem Flopper! Mit dem Flopper! Ja, dann würde ich... Ich spitz's machen! Wollen wir eine Runde spielen? Okay. Wollen wir eine Runde noch ohne Graves? Nein! Ja, die dauert nicht. Wollen wir ein Faust Battle machen? Was willst du battleen? Ein Faust Battle? Ja, können wir machen. Als Abschluss der Folge. Ne, Deagle Battle! Nein! Davon bin ich in den Deagles. Außerdem verlierst du dann eh wieder. Ich hab nicht Deagle. Nein, danke für mich nicht. Ich hab auch eine. Alter, ich hab Deagle eben in letzter Zeit. Das ist... Ich hab auch... Ne. In den letzten Wochen gehabt. Ne, in den letzten Wochen. Ja, das ist seit langem schon mal nur durchgefallen. Na dann. Ciao. 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 Ich hab nicht gemerkt, das war ein Eternal. Alter, das ist weg von... Oh, na. Oh, na war's. Nein! Ich war... Er hatte ne Deagle. Wann war... Nein! Sech ihn ab! Also, ich will nicht fausten und du deagelst mich. Ich diegel euch alle! Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Ey! Okay, jetzt können wir einen Faust Kampf machen. Unfair! Los! Ja, okay, jetzt können wir einen Faust Kampf machen. Pack kein Messer, das ist für unser. Warte, warte, warte. Warte, warte. Okay. Jetzt können wir einen Faust Kampf machen, Ona. Ist auf jeden Fall sehr gerecht. Hä? Naja, irgendwie hab ich nur 100 Leben, ich weiß auch nicht warum. Weil du dich vorher erhellen musst. Ach, echt? Oh, na egal. Aber du hast dafür den Armour. Ja. Hallo? Oh, na. Alter, ey. Ja, ihr habt die Luft weich geprügelt, Leute. Ona, kannst du mich mal... Bitte treffen? Kannst du mich mal treffen? Ja, es geht immer. Geht doch. So. Nein. Wuff, wuff. Tschüss. Gut, ich würd sagen, das war's für die Uhr. Und tschau. Tschüss. Tschüss.